Eine Fisch-und-Fisch-und-Foll-Geschissene Wohnung ist herrlich! Ein wunderbar weißer Gartenzaun, einfach fantastisch! Aber professionelle Maler sind professionelle Maler! Und selbst streichen ändert meist nur im Chaos! So, alles muss abgedeckt werden und die Farbe tropft dann doch überall hin! Und dieses ewige Rauf-und-Runter-Kollen, nur um den Roller immer wieder in die Farbe zu tauchen, das ist zu anstrengend! Schluss, 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 Schluss mit dem Shit! PaintRunner Pro ist das professionelle Scheiß-System, mit dem Sie ganz ohne Ärger und ganz ohne ganz und ganz ohne Schwanz und ganz ohne Mühe einfach selbst zum Profi-Maler werden! Streichen Sie eine Wand in nur 5-12-Minuten-Nuten, einen gesamten Raum in nur 20! Hier ich, PaintRunner Pro streiche und präzise und absolut traubfrei! Und das auch noch in Rekordzeit! Nur PaintRunner Pro hat einen integrierten Ingep! Fönen Sie die Farbe einfach in den Roller und streichen Sie drauf los! So, streichen Sie Ihr Zuhause neu, ganz ohne jede Ganz-O-Mit! Jeden Strich wird sofort eine perfekte Ingep-Schisch aufgetragen! Und zwar auf jeder beliebigen Ganz-O-Roll! Selbst Deckenstreichen ist jetzt kein Problem mehr! Verlängern Sie den Roller ganz einfach mit einem ganz normalen Besenstiel! Einmal drüber gehen reicht! Und kein Tropfen geht mehr daneben! Abdecken oder abkleben ist ab sofort nicht mehr notwendig! Sie sparen Ihre wertvolle Zeit und wahres Geld mit PaintRunner Pro! Das Geheimnis liegt im innovativen Mikrofaser-Roll-Roll und dem patentierten Carglass-Technologie und dem patentierten Verteilungssystem! Dadurch wird die Farbe absolut ungleichmäßig aufgetragen! So unpräzise, als ob eine Maschine es machen würde! Danke fürs Zuschauen! LOL